Green Tech ist ein Festival von Ideen. Ich komme hier, weil ich glaube, dass wir unsere Hände zusammenbauen müssen. Es gibt intergenerationalen Impulsen der Kreativität. Es ist ein riesiges Festival, wo ganz verschiedene Menschen und Akteure zusammenkommen und versuchen, gemeinsam Lösungen zu finden. Das Besondere hier ist der Spirit. Hier sind Gründerinnen und Gründer, teilweise auch etablierte Unternehmen. Mit der Freude an Innovation. Ich glaube, das ist für Deutschland, aber auch darüber hinaus zukunftsweisend. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir unsere Denkmuster verändern, dass wir vom Klein-Klein zum Bigger Picture kommen und dass wir möglichst schnell die Transformation vorantreiben. Absolut inspirierend. Berlin ist das Zuhause dieser größten Nachhaltigkeitsmesse in Europa. Und wir sind stolz, so viele Engagierte und Partner und Unterstützer hier willkommen heißen zu können. In kurzem, Green Tech ist auch ein Ort, um Freunde mit sovielführenden Menschen zu machen. Wenn du all about sustainability bist, das ist woher du solltest. Wenn du all about sustainability bist, mit dem Sie auf die Karte zu machen, dann würde ich mich auch auf die Karte zu machen.